Ich begrüße dich ganz herzlich hier auf unserem YouTube-Channel der AMS-Firmel-Gruppe zu unserem Video, das wir heute am 27.09. drehen und am 2.10.2022 dann veröffentlichen. Und es ist Herbstanfang und ihr seht, wir haben unsere herbstliche Dekoration hier etwas vervollständigt. Ja, vor einigen Tagen habe ich mir mal den Spaß erlaubt und das Stichwort Immobilien bei YouTube eingegeben. Und es wurden nur Videos sichtbar, die sich mit einem Immobilien-Crash 2022 beschäftigt haben. Selbst wenn man dann etwas runterscrollte, kam erst mal ganz lange kein anderes Thema. Ein Kollege hat es dann auch über sein Handy versucht mit demselben Ergebnis. Es kommen Titel wie der Crash ist da oder Immobilien-Crash 2022, die Immobilienpreise fallen, die Immobilienblase platzt, Kollaps auf dem Immobilienmarkt und so weiter. Fairerweise möchte ich erwähnen, dass in den Videos, wenn man so ein bisschen reinhört, dann meist sehr viel differenzierter mit dem Thema umgegangen wird. Anders für dieses Video war dann ein kurzer Artikel bei NTV, den ich kurz danach gelesen habe, unter dem aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes zur Entwicklung der Preise für Wohnimmobilien im Zeitraum vom April bis Juni diesen Jahres vorgestellt wurden. Und die Zahlen in der Realität sehen tatsächlich ganz anders aus, als es die zitierten Überschriften und Schlagzeilen vermuten lassen. Tatsächlich haben sich die Preise nämlich von April bis Juni 2022 im Schnitt um 10,2% gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum gesteigert. Und damit steigern sich die Immobilienpreise zum fünften Mal in Folge in einem Quartal über 10%. Wir sind täglich am Immobilienmarkt tätig und suchen und verhandeln Objekte. Insofern haben wir das Ohr am Markt und wissen natürlich auch, dass es keinen Crash gibt, sodass die offiziellen Zahlen unseren subjektiven Eindruck bestätigen. Aber die Steigerung, die hier mit 10% angegeben wird vom Bundesamt, fand ich schon sehr, sehr erstaunlich in der Höhe. Wir haben ja schon in anderen Videos über die verschiedenen Einflussfaktoren gesprochen, die aktuell Einfluss auf die Immobilienpreise nehmen. Einerseits wird angenommen, dass wegen der gestiegenen Zinsen die Preise sinken werden. Andererseits wirken aber gleichzeitig auch andere Faktoren preissteigernd. Also Inflation, Anlagebedarf, steigende Preise für Neubauten durch gestiegene Handwerker und Materialpreise, dadurch geringe Bautätigkeit, unter anderem auch deshalb steigende Nachfrage nach Mietwohnungen. Zuwanderung, höhere Wohnflächen, Nachfrage je Person und so weiter. Vor einigen Tagen sprach ich mit einer jungen Dame, Anfang 20, die für sich allein eine Wohnung sucht. Aber zwei Zimmer waren ihr schon fast zu wenig, weil sie wegen Homeoffice gern ein Arbeitszimmer hätte. Paare suchen nach unserer Beobachtung verstärkt vier statt drei Zimmer Wohnungen, weil jeder ein Arbeitszimmer braucht und so weiter. Diesen Trend zur höheren Wohnfläche haben wir übrigens in unserem Video Kaufe die optimale Wohnungsgröße, um deine Rendite zu optimieren, vom 20. März 2022 thematisiert. Das Video verlinken wir auch im Abspann nochmal. Die spannende Frage ist, wie geht es nun weiter mit den Immobilienpreisen? Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir sagen, genau weiß es keiner. Keine Expertin und keine Experte hat eine Glaskugel und kann die Preisentwicklungen voraussehen. Auch die Frage, wie sich die Baufinanzierungszinsen entwickeln, kann niemand exakt beantworten. Wir haben als älterer Hasen natürlich den Vorteil, dass wir schon verschiedene Marktphasen kennen, auch mit noch wesentlich höheren Zinsen und die Erfahrung gemacht haben, dass Immobilien als Investment in jeder Marktphase funktionieren können, wenn man es richtig macht und einige Dinge beachtet. Weil wir nicht jeden, der sich dafür interessiert, persönlich beraten können, geben wir viel Content hier auf unserem YouTube-Kanal weiter. Und wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, dann lade ich dich jetzt hier herzlich ein, das zu tun und vor allem die Glocke zu abonnieren. Dann bekommst du neue Markttrends und Praxistipps von uns mit und verpasst nichts. Gerade in Phasen, in denen sich Rahmenbedingungen für Investments wie Zinsen, mietrechtliche Bestimmungen und so weiter ändern, ist das sehr, sehr wichtig. Schau dir nicht nur die brandneuen Beiträge, sondern auch unbedingt die schon vorhandenen Videos auf unserem Kanal an. Da stecken viel Know-how und wertvolle Tipps drin. Das lohnt sich richtig. Und auch in diesem Video habe ich wieder vier Tipps für dich, wie du dich jetzt positionieren solltest. Ein erster Tipp von mir, wenn ein Investment sich mittelfristig für dich rechnet, das Objekt und das Standort vernünftig sind, dann investiere. Unabhängig davon, was gerade hier bei YouTube und in anderen Medien für Meinungen und Einschätzungen verbreitet werden. Auch in Zeiten der überschäumenden Euphorie der vergangenen Jahre haben wir übrigens hier auf dem Kanal immer gesagt, dass man Objekte, Standort und dessen Perspektiven, Lage der Immobilie und so weiter prüfen sollte, bevor man investiert. Und dabei bleiben wir auch jetzt. Generell also nicht vom Mainstream anstecken lassen, sondern kühlen Kopf behalten, sich gute Berater suchen, sofern man sich das Know-how nicht selbst angeeignet hat und vernünftig investieren. Der zweite Hinweis, du solltest nicht den Chancen der Vergangenheit nachtrauern, zum Beispiel niedrigen Zinsen, sondern dir bewusst machen, dass jedes Marktumfeld Chancen bietet. Zwar sind die Zinsen im Moment etwas höher, dafür können Preise bei Immobilien zum Beispiel wieder verhandelt werden in gewissem Rahmen. Wir können zum Beispiel durch diese Verhandlungen unseren Mandanten auch wieder mehr Objekte zu vernünftigen Preisen anbieten, denn in den letzten Monaten hatten wir kaum Angebote für unsere Mandanten, weil wir einfach in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren nur sehr wenige passende Objekte haben kaufen können. Die Frage, die du dir bei jedem Investment stellen solltest, ist, wie schon im ersten Punkt gesagt, lohnt sich das Investment mittelfristig für mich? Nicht, wäre ein Investment vor zwei oder sechs Jahren attraktiver gewesen? Wäre, hätte, könnte, das bringt dir ja heute nichts. Schau dir dazu gern unser Video mit dem Vergleich eines Wohnungskaufs Ende 2020 mit Juli 2022 an. Wir haben darin Zahlen derselben Wohnung verglichen. Mache es wie Warren Buffett, der erfolgreiche Investor im Aktienbereich, der schaut sich ein Unternehmen genau an, analysiert die Zahlen und wenn es passt, investiert er dann langfristig. Unabhängig davon, ob die Aktie früher mal günstiger war oder nicht. Apple zum Beispiel ist jetzt seine größte Position und die hat er nicht gekauft, als Apple noch sehr günstig war. Sondern sehr, sehr viel später. Und er verkauft auch Aktien nicht nur deshalb, weil der Kurs mal nach unten geht oder das Chartbild gerade ungünstig aussieht. Zum Trost noch das Statement eines Investors mit jahrzehntelanger Erfahrung, den mein Kollege aus dem Ankauf und ich neulich während einer Besichtigung getroffen haben. Wir hatten uns für den Kauf eines Mehrfamilienhauses interessiert und kamen im Rahmen der Begehung mit dem Verkäufer, einem Unternehmensberater fortgeschrittenen Alters, ins Gespräch. Er sagte mir, wissen Sie, ich habe bei meinen Immobilieninvestments im Prinzip alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und dann erzählte er auszugsweise von seinen Immobilieninvestments. Er hatte, wie so viele in den östlichen Bundesländern in den 90ern überteuert, gekauft. Vor allem wegen der hohen Steuervorteile. Dann hatte er in einer Großstadt im Ruhrgebiet zu einem Zeitpunkt investiert, als die Preise relativ weit oben waren. Und so musste er 15 Jahre warten, bis die Preise so gestiegen waren, dass für ihn ein kleiner Gewinn herauskam. Dann hatte er noch jeweils mit langen Zinsbindungen bei hohen Zinsen finanziert, während die Zinsen in den Folgejahren immer weiter gesunken sind. Und ich ergänze noch dazu, weil wir sein Objekt ja geprüft hatten, er hatte auch kein aktives Mietmanagement betrieben. Und sein Fazit, das er mir mitgeben wollte und das ich hier weitergebe, war, und trotzdem haben die Immobilieninvestments am Ende funktioniert. Langfristig, also bei Betrachtung von 20 bis 25 Jahren, funktionieren Immobilien immer. Zitat Ende. Die höheren Zinsen sind also kein Grund, keine Immobilien mehr zu kaufen, wenn alles andere stimmt. Dass Immobilien langfristig immer funktionieren, habe ich im Laufe der Jahre auch immer wieder bei Investoren beobachten können und kann das insofern bestätigen. Immobilien überteuert zu kaufen oder an Standorten, die so deutlich im Preis fallen können, ist aus meiner Sicht natürlich nicht optimal. Wir sind ja Verfechter von Immobilien in Großstädten und deren Randlagen. Aber es ist aus meiner Sicht eine zusätzliche Beruhigung und Sicherheit, dass Immobilien langfristig immer funktionieren, wenn der Markt mal wirklich gegen dich läuft. Ich habe das hier so ausführlich erwähnt, um gerade den Immobilieninvestoren, die in den letzten Jahren eingestiegen sind, nur steigende Märkte kennen und sich jetzt Sorgen machen, ein wenig zu helfen und Inspiration zu geben. Die wichtigsten Tipps zum Schluss. Was solltest du jetzt tun, wenn du in Immobilien investieren und Vermögen aufbauen möchtest? Auf jeden Fall nicht aufhören, nach den passenden Immobilien zu suchen. Und ganz wichtig, du solltest deine Bonitätsunterlagen optimal aufbereitet haben und aktualisiert haben. Ich habe das schon öfter in den letzten Jahren in Videos erwähnt, aber tatsächlich länger nicht mehr. Und gerade in der aktuellen Marktphase ist es so wichtig, dem Banker gut aufbereitete Unterlagen zu geben. Immer wieder sind Chancen am Immobilienmarkt da und es werden sich weitere ergeben in den nächsten Wochen und Monaten. Um dann gut verhandeln zu können, ist es entscheidend, dass du der Verkäuferseite Finanzierungsbestätigungen liefern kannst und schnell handelst, um deine Verhandlungsposition zu stärken. Wenn du in einer solchen Situation erst anfängst, deine Unterlagen zusammenzusuchen, eventuell fehlende Unterlagen zu besorgen, dann sind andere Interessenten wahrscheinlich schneller und schnappen dir die Immobilie weg. Gerade Selbstständige haben oft keine aktuellen Steuerbescheide und betriebswirtschaftlichen Auswertungen, sondern müssen erst den Steuerberater dazu auffordern, diese zu erstellen. Der hat dann Wichtigeres zu tun in dem Moment oder hat Urlaub oder muss Umsatzsteuern abgeben usw., sodass es zwei bis drei Wochen dauert, wenn es gut läuft, bis vernünftige, aktualisierte Unterlagen vorliegen. So bleiben für dich dann nur die Reste am Immobilienmarkt, wenn dich das betrifft. Gute Objekte werden dir vor der Nase weggekauft. Dazu kommt, dass die Banken auch restriktiver bei der Kreditvergabe geworden sind. Du musst unter Umständen bei mehreren Banken anfragen. Das kostet Zeit. Umso wichtiger, dass du sofort deine aktuellen Unterlagen schicken kannst und auch vorher schon Bankkontakte aufbaust, auf die du zurückgreifen kannst. Bei mir sind die Bonitätsunterlagen mit den ganzen Firmen etc. wirklich umfangreich, aber ich bin in der Lage, innerhalb von einer Stunde meine kompletten Unterlagen zu schicken, weil ich alles, alle Abschlüsse usw. digitalisiert habe und aktuell halte. Anders würden wir hier bei der AMS-Firmengruppe auch keine Objekte bekommen. Vielleicht war der Hinweis mit den Bonitätsunterlagen nicht neu für dich, aber wieder ein Anstoß, dich daran zu setzen. Oder dir hat eine andere Aussage im Video geholfen? Dann freue ich mich über dein Like für dieses Video und ich freue mich über deinen Kommentar. Schreib doch mal, welche Tipps du hast, um die Bonitätsunterlagen immer aktuell und vollständig zu halten und wie du in diesem aktuellen Marktumfeld agierst. Im Abspann haben wir wieder zwei Videos für dich verlinkt. Als erstes der Vergleich der Immobilienkalkulation 2020 und 2022 mit den verschiedenen Zinssätzen. Der Titel lautet Zinsen in 2022 gestiegen. Lohnen sich Immobilien jetzt noch vom 31.07. diesen Jahres? Und auch das erwähnte Video, kaufe die optimale Wohnungsgröße, um deine Rendite zu optimieren, haben wir verlinkt. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und Zuhören, wünsche dir alles Gute, vor allem Gesundheit und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Heiko Klaiszewski.